Willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute werfen wir einen genaueren Blick auf den Maxus Massagesessel MX8PUT0Z. Für diejenigen, die nach ultimativer Entspannung suchen und dabei modernste Technologie genießen möchten, könnte dieser Massagesessel genau das Richtige sein. Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, was dieses Modell so besonders macht und ob es wirklich hält, was es verspricht. Der Maxus MX8PUT0Z beeindruckt sofort durch sein elegantes und zeitloses Design, das in jedem Wohnraum gut zur Geltung kommt. Doch das wahre Highlight liegt in seiner Funktionalität. Mit 20 Airbags bietet der Sessel eine intensive Luftdruckmassage, die gezielt auf Schultern, Arme, Waden und Füße wirkt. Besonders erwähnenswert ist die Body Scan Funktion, die den Körper vor Beginn der Massage scannt und die Programme individuell anpasst. Dies sorgt für eine maßgeschneiderte Massage, Verspannungen effektiv löst und für tiefe Entspannung sorgt. Die Bedienung des Sessels ist kinderleicht. Über die übersichtliche Fernbedienung, die mit einem hochwertigen LCD-Display ausgestattet ist, kann der Nutzer zwischen verschiedenen Massagetechniken wie Shiatsu, Klopfen und Kneten wählen. Zusätzlich gibt es sechs voreingestellte Programme, die für jeden Geschmack etwas bieten. Besonders praktisch ist die Zero-Wall-Technologie. Der Sessel benötigt nur minimalen Platz, da er beim Zurücklehnen nach vorne gleitet, anstatt sich nach hinten zu neigen. Dies spart nicht nur Platz, sondern sorgt auch dafür, dass der Sessel flexibel aufgestellt werden kann. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Maxus Massagesessel MX8-Kunk0Z ein zuverlässiger Partner für alle ist, die nach einem hochwertigen, benutzerfreundlichen und effektiven Massagesessel sucht. Die Kombination aus modernster Technik, komfortabler Bedienung und ansprechendem Design macht ihn zu einer lohnenden Investition. Wenn Entspannung und Wohlbefinden für Sie an erster Stelle stehen, sollten Sie diesen Sessel definitiv in Betracht ziehen. Danke fürs Zuschauen und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Testberichte zu verpassen.